Terraforma oder amtlich Domini di Terraforma ist die Bezeichnung der Gebiete im östlichen Oberitalien, die von der Republik Venedig seit dem 15. Jahrhundert unterworfen worden waren. Zusammen mit dem Dugado sowie dem Stato da Mar bildete die Terraforma die Gesamtheit der Staates Venedig. Die venezianische Terraforma-Politik wird gewöhnlich mit der Eroberung von Mestre 1337 und von Treviso und Bassano del Grappa 1339 angesetzt. Speziell aber mit der Regierungszeit des Dogen Michele Steno etwa ab 1400 und seiner Nachfolger verbunden. Sie diente dazu die Fernhandelsinteressen und die Ernährung zu sichern, war aber insbesondere unter den Dogen Thomaso Mosenigo und Francesco Foscari umstritten, die sie aber beide sehr forciert fortsetzten. Beide hatten Recht, Foscari und Mosenigo. 1433 konnte Venedig in einem Vertrag mit Kaiser Sigismund von Luxemburg die Terraforma und Dalmatien als seinen Besitz fixieren. 1437 wurde die Eroberung der Terraforma durch den Kaiser anerkannt. Am 16. August 1437 empfing Marco Dandolo für Venedig in Prag die Terraforma als Reichslehn. Dabei wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass dieses Reichslehn nicht den Dogado betrifft, denn dieser gehörte nicht zum Reich des westlichen Kaisers. Der spätere Kaiser Karl V. verzichtete am 29. Juli 1523 ausdrücklich auf alle Rechte eines Lehnsherren über die Terraforma. Zum Zeitpunkt ihrer größten Ausdehnung umfasste die Terraforma das Veneto, das Friol und Teile der Lombardei vom Po bis zur Edge, dem südlichen Alpenrand und die Julischen Alpen. Es waren zumeist die einheimischen Fürsten, die die Venezianer nicht als Herren akzeptieren wollten, ganz im Gegensatz zu deren Untertan. Venedig ließ aber die vorhandenen Strukturen in der Terraforma bestehen, schickte meist nur einige Oberaufseher, Richter und Reviseuren und forderte natürlich Steuern ein. Der einheimische Adel in der Terraforma wurde durch Proveditore Sopra vor die Überwacht. Berichte, wonach die energisch betriebene Erweiterung der Terraforma durch den Dogen Francesco Foscari auf Kosten der Stärke und Schlagkraft der Flotte einhergegangen sei und so der allmähliche Verfall der venezianischen Vorherrschaft im östlichen Mittelmeer eingesetzt habe, sind umstritten. Seit der Renaissance investierten venezianische Nobili zunehmend in die Landwirtschaft der Terraforma, ließen sich dort prächtige Landsitze errichten und verbrachten dort die Sommerzeit. Das wird gemeinhin als ein Ausdruck der Dekadenz und des wirtschaftlichen Niedergangs Venedigs gewertet. Die fruchtbare Terraforma weckte immer wieder Begehrlichkeiten Frankreichs und der Habsburger. Namentlich von Seiten Österreichs gab es immer wieder Pläne, sich die Terraforma anzweignen oder zwischen sich und Frankreich aufzuteilen. Schließlich sicherte Napoleon Bonaparte im streng geheimen Zusatzartikel zum Vorfrieden von Leoben am 18. April 1797 zu Frankreich werde venezianische Territorien rechtlich einwandfrei an Österreich übergeben. Zu dieser Länderspende erhielt Österreich schließlich noch 1798 Venedig selbst. ... ... ...